Hi und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinesein. Ich helfe dir, dich selbst anzunehmen und dein Sein zu genießen. Der Neuanfang-Podcast unterstützt dich mit Gesprächen, Ideen und Übungen in deiner Transformation hin zu einem Leben, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es geht heute darum, dich selbst besser kennen zu lernen. Darum, was ich meine, wenn ich das sage, dich selbst besser kennenlernen und warum du dich mit dir selbst auseinandersetzen solltest. Und natürlich auch, wie und womit du das machen kannst. Bevor wir da rein starten, gibt es wie immer die Dankbarkeits-Minute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und das, wofür ich heute ganz besonders dankbar bin, das liegt noch in der Zukunft. Und zwar habe ich gerade wieder in mich investiert. Ich habe mich für ein dreimonatiges Coaching-Programm, ein Gruppenprogramm angemeldet, in dem es um Human Design geht, Human Design allgemein, aber eben auch in Bezug auf Business und meine persönliche Entwicklung und auch die Integration in meine bisherige Arbeit in den Coachings und Kursen. Und ich freue mich so unfassbar auf diese drei Monate, auf die Energie der Gruppe, die Energie der Frau, die das Programm anbietet und freue mich darauf, tiefer ins Human Design einzusteigen. Und auch wenn die Entscheidung für dieses Programm einen kleinen Umweg brauchte, den ich dir jetzt hier nicht erzählen werde, denn da habe ich schon in den Sprachnachrichten drüber gesprochen und das ist auch die perfekte Gelegenheit, um dir nochmal davon zu erzählen, falls du meinen zweiten Podcast noch nicht kennst, den ich vor einer Woche, ja, vor anderthalb Wochen gelauncht habe oder jetzt, wo dieser Podcast hier online geht, sind es knapp zwei Wochen her. Und die Sprachnachrichten, das ist, ja, das, was der Name schon sagt, das sind kurze Sprachnachrichten von mir, also nicht in der Länge und Tiefe, die Episoden wie hier im Neuanfang-Podcast, sondern sind eben maximal zehn Minuten lang und die werden immer spontan und nur mit dem Handy aufgenommen. Und in der letzten Sprachnachricht vom, oder vielleicht ist inzwischen auch schon die vorletzte, vom zehnten Zweiten jedenfalls, habe ich darüber gesprochen, wie der Entscheidungsprozess für dieses Programm gelaufen ist, beziehungsweise was dem vorausgegangen ist. Und, naja, ich bin jedenfalls jetzt schon unfassbar dankbar für die Transformation, von der ich weiß, dass sie durch dieses Programm stattfinden wird, dass sie geschehen wird und freue mich auf alles, was daraus wachsen darf. Und, ja, bin echt aufgeregt und gespannt. Und bevor ich jetzt mit dir teile, warum und wie du dich selbst besser kennenlernen solltest und kannst, gibt es sozusagen einen kleinen Disclaimer. Und zwar erstens, es werden in dieser Episode einige Stichworte fallen, wo ich nicht innerhalb dieser Episode wirklich in die Tiefe gehen kann, weil sonst würde diese Episode mehrere Stunden dauern, glaube ich. Und es gibt zu der einen oder anderen Sache gibt es schon eine Podcast-Episode, die werde ich alle in die Shownotes verlinken. Und sollten dir Themen auffallen, zu denen es noch keine Podcast-Episode gibt, die dich aber genauer interessieren, wo du tiefer einsteigen möchtest, dann melde dich gerne bei mir, sag mir Bescheid, dann schaue ich, ob ich dann zu dem entsprechenden Stichwort nochmal eine einzelne Episode aufnehme. Und der zweite Punkt ist, und damit sind wir aber eigentlich auch schon mitten im Thema, dich selbst kennenzulernen, das ist nichts, was hier mit dieser einen Podcast-Episode getan ist oder was damit getan ist, mal irgendeinen Workshop oder Kurs zu machen oder ein Coaching zu machen oder ein Buch zu lesen oder so oder ein paar Seiten in den Journal zu schreiben, sondern dich selbst besser kennenzulernen, dich selbst überhaupt kennenzulernen. Meines Verständnisses nach ist das eine Reise, die niemals aufhören wird. Das ist die Reise deines Lebens. Denn mein Weltbild oder mein Menschenbild, besser gesagt, sieht zum jetzigen Zeitpunkt, keine Ahnung, wie es in der Zukunft aussehen wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, dass in meinem Verständnis wir alle mit einem wahren und puren Kern geboren werden, unserem wahren Selbst, unserem höheren Selbst. Das, was ich unter Seele verstehe und dass wir dann durch unser Aufwachsen, durch die Erziehung, durch unsere Erlebnisse, durch unser Umfeld ganz, ganz viele Dinge dazulernen, aber vor allen Dingen natürlich auch Dinge lernen, die uns vielleicht nicht unbedingt dienen. Limitierende Glaubenssätze oder andere Überzeugungen, die uns dann später davon abhalten, das Leben zu leben, was wirklich uns entspricht und die Bilder, die andere Menschen von uns haben, die wir annehmen, die Eigenschaften, die sie uns vielleicht zuschreiben oder die Dinge, die eigentlich Teil unseres wahren Selbst sind, die dann aber durch Erziehung oder durch Einfluss von außen, weil sie uns vielleicht peinlich sind, weil die Gesellschaft sie nicht akzeptiert oder so Dinge, die wir verstecken, sodass wir eben Schicht um Schicht, Erfahrung um Erfahrung und Überzeugung um Überzeugung unser wahres Selbst dick einpacken. Vielleicht hast du mich im Podcast hier schon mal vom Zwiebelmodell sprechen hören, sprich, dass wir, wenn du eine Zwiebel quer aufschneidest, ja, in der Mitte gibt es eben den Kern und drumherum gibt es ganz, ganz viele Schichten. Und dass der Weg, wenn wir dann irgendwann merken, dass wir vielleicht nicht das Leben leben, was wir eigentlich leben wollen, der Weg ist dann, diese Zwiebelschichten von außen nach innen alle peu à peu wieder abzutragen, um eben zu diesem wahren Kern wieder vorzudringen. Und das ist auch das oder ein Teil dieses Prozesses ist das, was ich meine, wenn ich sage, dich selbst besser kennenzulernen. Und dadurch, dass wir aber eben, ja, keine Ahnung, wie alt du bist, ob du jetzt 20 bist, ob du 50 bist oder wie alt auch immer, aber auf jeden Fall hast du vermutlich einen bisher oder bisher den größten Teil deines Lebens damit verbracht, immer neue Schichten oben auf die Zwiebelhaut draufzupacken, ja, um den Kern deines wahren Selbst herum. Und ohne, dass du dir darüber bewusst warst oder bist. Und dann gab es vielleicht in der Vergangenheit, vielleicht auch erst in der jüngeren Vergangenheit, einen Punkt, wo du eben gemerkt hast, wow, ich bin irgendwie gar nicht ich selbst und hast angefangen, diese Zwiebelschichten abzutragen. Dadurch, dass da aber eben viele, viele Jahre an Zwiebelerfahrungs- und Überzeugungsschichten übereinander liegen, ist es eben nicht eine einmalige Aktion, dich selbst wirklich kennenzulernen, sondern, wie gesagt, in meinem Verständnis ist das eigentlich die Reise deines Lebens, zurück zu diesem Kern zu kommen. Und in meinem Verständnis ist es eben auch so, dass das ein Teil des Sinnen des Lebens ist, zu diesem Kern zurückzukommen. Denn ich glaube, dass jeder von uns ein kleiner Teil des großen Ganzen ist, wie immer du das nennen möchtest, Universum, Gott, Quelle, whatever. Und dass, ich sage Universum, dass das Universum sich durch uns erfahren möchte. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, auf diesem Planeten Erfahrungen zu machen und aus diesen Erfahrungen zu lernen, alte Überzeugungen, alte Erfahrungen sozusagen zu entlernen und wieder zu diesem wahren Selbst vorzudringen, zu diesem Kern vorzudringen und selbst besser kennenzulernen und dadurch dem Universum die Möglichkeit zu geben, sich zu erfahren. Und wenn man das eben auf die Menschheit überträgt, dass das Universum sich durch jeden einzelnen Menschen in den verschiedensten Facetten erfahren kann. Aber das ist nur mein Glaube oder mein Verständnis. Das wollte ich jedenfalls vorneweg schicken oder vorweg stecken, dass als Disclaimer erstens hier manche Themen nicht in der Tiefe behandelt werden können, die ich heute anschneide. Und zweitens, dass es keine Reise ist, die eine kurze Reise ist, sondern es ist die Reise deines Lebens. Und ich hoffe, dass die Dinge, die ich heute in dieser Episode mit dir teile, dich dazu inspirieren können, dich weiter mit dir auseinanderzusetzen, vielleicht dich zum ersten Mal auf einer tieferen Ebene mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und wenn du da schon länger dran bist, dann bin ich eben davon überzeugt, dass es da auch immer neue Schichten gibt. Ich persönlich finde jedenfalls immer neue Schichten, nicht nur neue Schichten von Überzeugungen, die ich vielleicht loslassen möchte, sondern auch wundervolle neue Dinge, von denen ich noch gar nichts wusste in meinem Inneren. Und insofern, es lohnt sich immer, dich selbst noch besser kennenzulernen. Und damit meine ich vor allen Dingen die Dinge, die nicht unbedingt im Außen stattfinden. Denn wenn dich jemand fragt, wer bist du, dann wirst du wahrscheinlich mit deinen Namen antworten, vielleicht mit deinem Alter, deiner Herkunft, deinem Wohnort, deinem Job, deiner Beziehungs- oder Familiensituation, ja, alles Dinge im Außen. Sondern worum es mir hier heute in der Episode geht und generell, wenn ich davon spreche, dich selbst besser kennenzulernen, sind eben die Dinge in deinem Inneren und nicht die Dinge, die du so als Bild um dich herum kreiert hast. Und ich möchte dir, bevor ich dir sage, wie und welche Teile es sich lohnt, von dir selbst besser kennenzulernen oder zu erforschen, erst nochmal ein paar Gründe mitgeben, warum ich diesen Weg für so wichtig und so sinnvoll und auch so bereichernd halte. Wie gesagt, in meinem Verständnis ist es Teil des Sinn des Lebens und das alleine sollte eigentlich ausreichen, zumindest eben in meiner eigenen persönlichen Weltanschauung. Doch ich möchte dir auch noch ein paar ganz konkrete Dinge mitgeben, warum dieser Weg so lohnenswert ist. Das Erste ist, ich nenne es immer Be Your Own Guru. Sei dein eigener Guru. Such eben nicht die Antworten im Außen, genauso wenig wie es mir darum geht, dass du dich mit äußeren Attributen beschreibst, sondern, dass du eben auch in deinem Inneren dein eigener Guru bist, dass nicht du die Antworten in anderen Menschen, auch nicht hier in diesem Podcast oder irgendwo anders, durch andere Menschen finden wirst, sondern dass die Antworten auf all deine Fragen und auch die Fragen, von denen du noch gar nicht weißt, dass du sie vielleicht irgendwann mal haben könntest, dass diese Antworten alle in dir liegen. Und das sagt sich immer so schön, die Antworten liegen in dir, ja. Aber wie komme ich denn jetzt da dran? Und genau das ist es, was passieren wird, wenn du anfängst, dich selbst besser kennenzulernen. Es werden Antworten kommen, eben Antworten aus deinem Inneren. Und das zweite Ding ist, wir versuchen ja so häufig wie andere Menschen zu sein. Wir vergleichen uns und ich muss mich da absolut mit einschließen, zumindest was bestimmte Themen angeht, da vergleiche ich mich häufig auch mit anderen Menschen. Und ich habe vor allen Dingen durch das Human Design im letzten Jahr noch mal auf einer ganz anderen und einer viel tieferen Ebene begriffen, dass wir alle unglaublich einzigartig sind und dass das richtig und wichtig ist. Und dass es sowohl zu unserem eigenen Wohle als auch zum Wohle des großen Ganzen der Menschheit total kontraproduktiv ist, wenn wir uns mit anderen vergleichen und versuchen, so wie andere zu sein. Denn wir sind nicht ohne Grund so in, ja, meiner Überzeugung, es sind alles immer nur meine Überzeugungen, du kannst das für dich annehmen oder auch nicht. Aber meiner Überzeugung nach sind wir alle aus einem bestimmten Grund genau so wie wir sind auf diese Erde gekommen, weil wir etwas in uns tragen, was uns zu einem Puzzleteil des großen Ganzen macht. Und nur wenn wir eben unser eigenes individuelles Puzzleteil leben, wir auch der Welt genau das geben können und das verkörpern können und in uns spüren können, wofür wir hergekommen sind. Und wenn wir eben versuchen, genauso ein Puzzleteil zu sein, wie alle anderen auch, dann, ja, funktioniert das mit dem Puzzle eben nicht, dann passen die Teile nicht mehr zusammen. Oder das große Ganze, das Gesamtbild, das wird sehr langweilig. Und natürlich kannst du dieses Puzzleteil erst verkörpern oder dein Geschenk mit der Welt teilen oder wie auch immer du es ausdrücken möchtest, wenn du anfängst, dich selbst besser kennenzulernen, wenn du eben auf innere Erforschungsreise gehst, die Antworten dort findest oder überhaupt erst mal Fragen stellst und dann peu à peu und das ist nicht. Ich habe immer geglaubt, es gibt irgendwann diesen Tag, wo man so, ja, plötzlich weiß, genau deshalb bin ich hier. Ich glaube nicht, dass es diesen Punkt gibt. Es gibt immer wieder Punkte, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, man hat es jetzt verstanden, aber dann gibt es wieder eine neue Ebene. Also wie gesagt, es wird nicht langweilig und es lohnt sich immer, dich selbst besser kennenzulernen. Und der nächste Grund, warum es Sinn macht, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, ist, wenn du in deinem jetzigen Leben, sei es bezogen auf deinen Job, auf dein Umfeld, deine Beziehung, deine Freundschaften oder was auch immer, ganz egal auf welchen Lebensbereich bezogen, wenn du irgendwo unzufrieden bist oder wenn du einfach nur ein unbestimmtes Gefühl hast von, dann da muss doch irgendwie noch mehr sein. Dann wirst du diese Dinge nur ändern können, wenn du dir klar machst, was eigentlich abgeht. Und ja, wenn du wirklich erkennst, woran es liegt, dass du in einem Bereich unzufrieden wirst. Ich kann dir jetzt sozusagen die Antwort vorweg geben und sagen, weil dieser Lebensbereich nicht deinem wahren Selbst entspricht, nur das bringt dich nicht viel weiter, wenn du nicht weißt, was dein wahres Selbst ist. Deshalb ein dritter Grund, warum es Sinn macht, dich selbst besser kennenzulernen, denn je besser du deine eigenen Wünsche und deine eigenen Bedürfnisse verstehst, desto klarer wird dir werden, warum du vielleicht in einem bestimmten Lebensbereich unzufrieden bist oder auch allgemein unzufrieden bist, wenn das denn der Fall für dich ist. Und nur wenn du diese Klarheit hast, dann kannst du auch etwas verändern. Du kannst nur das verändern, was du wirklich siehst, was du erkennst, was du begreifst im wahrsten Sinne des Wortes. Und je besser du dich eben kennenlernst, desto mehr kannst du auch ein Leben kreieren, was wirklich zu dir passt. Aber wie gesagt, dafür musst du erst herausfinden, was du eigentlich wirklich willst, wer du wirklich bist, denn nur dann kann auch etwas entstehen, was wirklich zu dir passt. Und dann kann eben genau das entstehen, was ich eben schon eingangs erklärt habe oder was ich bezüglich meiner Weltanschauung erklärt habe, dass du nämlich genau diese Einzigartigkeit leben kannst und damit nicht nur eine Erfüllung für dich finden wirst, sondern eben auch deinen Beitrag, wie auch immer der sein mag, wie was für eine Skalierung der sozusagen hat und was für einen Inhalt dieser Beitrag hat. Das ist total egal, aber ich bin überzeugt, dass jeder Mensch so einen Auftrag hier hat und den, wie gesagt, kannst du nur erledigen, in Anführungsstrichen, den kannst du nur leben, wenn du eben dich selbst besser kennenlernst. Und auch auf diesem Weg, dich kennenzulernen, dann feststellst, welche Ressourcen du eigentlich hast, was alles in dir steckt. Denn ich kann dir, ich glaube, ich kann dir sogar garantieren, dass da noch viel mehr in dir steckt, als du glaubst. Ganz egal, wie alt du bist und wie sehr du dich schon kennengelernt hast, es gibt im Zweifelsfall immer noch Überraschungen. Und sei es jetzt eben irgendwelche Stärken oder Eigenschaften oder Interessen oder sonst irgendwas, da sind mit Sicherheit noch Ressourcen. Und wenn du noch gar nicht so lange auf diesem Weg bist, dich selbst besser kennenzulernen oder noch nicht mal richtig gestartet bist, dann kann ich dir absolut mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass da eine Menge Ressourcen in dir stecken, von denen du noch gar nichts weißt. Und die kannst du nur heben, diese Ressourcen, und für dich einsetzen, wenn du losgehst und forschst. Und was ich dazu aus eigener Erfahrung auch sagen kann, ist, dass damit nicht nur mit den Ressourcen, sondern eben auch mit dieser Suche, mit diesem Forschen nach dem eigenen inneren Geschenk auch das Leben einen ganz anderen Sinn bekommt. Dass du viel mehr das Gefühl hast, dass du überhaupt einen Sinn im Leben hast und siehst. Und ich weiß, dass ich in der Zeit, wo ich ganz, ganz weit weg von meinem wahren Selbst war, dass ich in der Zeit häufig mich gefragt habe, wieso bin ich eigentlich hier, was soll das eigentlich alles? Ja gut, ich gehe arbeiten, ich verdiene Geld, ich kaufe mir von dem Geld vielleicht mal schöne Dinge oder mache eine Reise, und das macht auch Spaß, aber es fehlte eine gewisse Tiefe und eine gewisse Sinnhaftigkeit im Leben. Und die ist eben erst entstanden, als ich angefangen habe, wirklich in mein Inneres zu schauen. Oder sagen wir mal so, als das Leben mich mit einem großen, fetten Zaunfall darauf aufmerksam gemacht hat, dass es jetzt mal Zeit ist, in mein Inneres zu schauen. Und der letzte Punkt, den ich noch mit dir teilen möchte, warum ich es so wichtig finde, dass jeder Mensch sich selbst besser kennenlernt, ist, dass du auch nur dann die Chance bekommst, dich wirklich selbst anzunehmen und lieben zu lernen. Denn du kannst ja, wenn du das auch mal vergleichst vielleicht mit einem anderen Menschen, ja, man sagt, es gibt sowas wie Liebe auf den ersten Blick, aber auch dafür musst du den Menschen erst mal treffen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass die Annahme und die Liebe erst dann entsteht, wenn man wirklich Zeit miteinander verbringt und einander besser kennenlernt. Und genauso gilt das eben auch in der Beziehung mit dir selbst. Dich selbst anzunehmen, dich selbst zu lieben, zufrieden mit dir zu sein, dich selbst toll zu finden und das auch ausstrahlen zu können, das funktioniert eben nur, wenn du dich selbst auch besser kennenlernst. Weil da kommen die anderen Punkte, die ich gerade schon aufgezählt habe, wieder ins Spiel. Solange du dich am Außen orientierst, dich mit anderen vergleichst und einem Bild von einem Leben hinterherläufst, was du zusammengestellt hast aus dem, was du im Außen siehst oder was du von anderen an Erwartungen übernommen hast, an Überzeugungen übernommen hast, dann ist es eben nicht dein Leben. Und dann wird es sich immer nicht nur wie die Jagd nach etwas anfühlen, was du nicht erreichen kannst, sondern es wird sich eben auch nicht wie deins anfühlen, weil es eben nicht deins ist, sondern weil es das ist, was du von außen oder von den anderen übernommen hast. Und je mehr du dich selbst besser kennenlernst, desto mehr kann das Leben zu dir passen und desto mehr wird eben auch die entsprechende Selbstannahme, Selbstliebe, die Zufriedenheit, die Erfüllung in dein Leben kommen. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt davon überzeugt, dass es sich lohnt, sich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Ganz ehrlich, wenn du diesen Podcast hörst, dann tust du das wahrscheinlich schon vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise, aber ich wiederhole mich nochmal, es gibt mit Sicherheit noch Dinge, noch Ebenen, noch Tiefen, die du noch nicht erforscht hast und vielleicht können dich jetzt diese Ansätze, die ich mit dir teile, dazu inspirieren, da noch tiefer in dich selbst einzutauchen, noch neue Antworten zu finden, neue Fragen überhaupt erst mal zu stellen. Und die wichtigste Frage oder die, die ich dem vorausschicken möchte, ist, wer bin ich eben, wenn all das im Außen wegfällt? Dich von dem, auf die Frage, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, dich da von dem Außen zu lösen und auf dein Innen zu fokussieren und eben nicht dich selbst dadurch zu definieren, was du alles im Außen verkörperst, erreicht hast, bist und so weiter, sondern zu schauen, ob du eine Landschaft deines Innen zeichnen kannst oder ob es, oder nicht nur ob, sondern dass es und wo es noch Landschaften in deinem Innen gibt, die du noch nicht kennengelernt hast. Und um da jetzt vielleicht mal ein bisschen konkreter zu werden, um von diesen Bildern mal wegzukommen, den etwas Abstrakten, was ich damit meine, sind zum Beispiel Eigenschaften, Eigenschaften, die du vielleicht aufgrund von deiner eigenen Beurteilung oder der Beurteilung anderer tief in die Schublade gesteckt hast, die du dir selbst vielleicht nicht zugestehst, weil du glaubst, dass du nicht fähig genug bist, dass du nicht genug bist für irgendetwas oder weil du für Eigenschaften vielleicht immer kritisiert worden bist. Und da gibt es eine Podcast-Episode rund um das Thema Licht und Schatten, die Licht- und Schattenanteile in uns und Schattenanteile eben die, die wir in so Schubladen gepackt haben. Und das ist eine der Episoden, die ich dir in den Show Notes verlinken werde. Dann meine ich auch Talente und Interessen. Nicht nur die Dinge, die du jetzt schon kannst oder wo du jetzt schon weißt, hey, da habe ich ein Talent für oder das interessiert mich jetzt schon, sondern auch da immer weiter deine Fühler auszustrecken. Für mich bedeutet es, ein Lifelong Learner zu sein, eine lebenslange Lernerin zu sein, eine lebenslange Schülerin zu sein. Und auch das ist für mich, auch wenn dieses Lernen häufig im Außen stattfindet, dass ich mir neues Wissen aneigne, dass ich neue Dinge ausprobiere, sind ja Dinge, die im Außen stattfinden, die immer mit meinem Innen zusammenhängen und die mir auf jeden Fall auch immer dabei helfen, mich selbst wieder ein Stück besser kennenzulernen. Dann natürlich sowas wie deine Stärken und deine Schwächen. Auch wenn ich das mit den Schwächen immer so ein bisschen in Einschränken sehe, ja, ich sage immer so, okay, es sind eigentlich nicht Schwächen, sondern es gibt eben Dinge, die dir besonders gut liegen und Dinge, die dir vielleicht nicht so gut liegen. Dann für mich ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema war und ist auch immer wieder, sind die eigenen Werte. Ja, was ist mir wirklich wichtig aus einer, nennen wir es mal, ethischen Perspektive? Aber nicht nur ethisch, sondern eben auch, welche Qualität soll dein Leben haben? Was ist wertvoll für dich im wahrsten Sinne des Wortes? Und deine eigenen Werte herauszufinden, da gibt es, glaube ich, eine ziemlich alte Podcast-Episode zu, die werde ich auch mal in den Show Notes verlinken. Und so ein bisschen zusammenhängend damit zu schauen, welche Ziele hast du? Was möchtest du eigentlich im Leben erreichen? Und da ist für mich immer eine total spannende Frage, was möchte ich, dass bei meiner Beerdigung über mich gesagt wird? Und dann kommt man nämlich ganz schnell davon weg, von den Zielen im Außen, ja, also natürlich darf man noch Ziele im Außen haben, ja, ich habe auch Ziele im Außen, Haus am Meer zum Beispiel. Aber was habe ich auch für Ziele für mich als Mensch? Was soll mein Leben am Ende meines Lebens aussagen? Was möchte ich, dass Menschen über mich sagen? Als Mensch, aber vielleicht auch als Mensch, der gewisse Dinge erreicht hat, die aber nicht unbedingt das Haus am Meer waren, sondern ein Mensch zum Beispiel, der freundlich war zu anderem oder ein Mensch, der sich für andere eingesetzt hat, ein Mensch, der andere auf ihrem Weg begleitet hat. Das sind Ziele oder das sind Dinge, von denen ich möchte, dass man sie über mich denkt oder über mich sagt, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und auch da ist wieder die Frage eben, was ist dir wirklich wichtig? Was ist essentiell für dich? Was macht für dich ein gutes Leben aus? Und da habe ich auch in den nächsten Wochen nochmal eine Podcast-Episode geplant, die tiefer in diese Richtung geht. Also da kommt auf jeden Fall was. Und für mich gehört neben diesen, ich nenne es mal eher klassischen Dingen, die auch vielleicht in vielen Büchern oder Seminaren behandelt werden, wenn es darum geht, dich selbst besser kennenzulernen, ein anderer Bereich, der nicht ganz so häufig Teil dessen ist, vor allen Dingen, weil eben natürlich diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, also Eigenschaften, Talente, Interessen, Stärken, Werte, Ziele und so weiter, sind natürlich alles Themen, die auch in der, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen, klassischen Persönlichkeitsentwicklung eine Rolle spielen. Und für mich ein weiterer sehr, sehr großer Bereich ist aber die Spiritualität. Die spirituelle Verbindung, von der ich absolut überzeugt bin, dass wir sie alle haben, ganz egal, ob du jetzt von dir sagen würdest, dass du spirituell bist oder nicht. Und dafür müssen wir wahrscheinlich mal definieren, was Spiritualität für mich bedeutet. Vielleicht sollte ich dazu auch mal eine Podcast-Episode machen. Wenn ich das fast jetzt aufmache, dann läuft es hier über, zeitlich. Aber ich glaube eben, dass dadurch, dass jeder von uns einen Spirit hat, jeder von uns hat einen, vielleicht ist es auch wieder nur das Gleiche, wie sozusagen dein wahrer Kern, dein wahres Selbst, deine Essenz. Jeder Mensch hat das in meinem Verständnis, auch wenn er sich nicht darüber bewusst ist. Und diese Verbindung herzustellen, diese spirituelle Verbindung, durch welche Modalitäten und Tools auch immer, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens ist und sein sollte. Und dass ganz, ganz viele Fragen, die die Menschen sich stellen, ganz, ganz viele Probleme, die Menschen auch haben, Sorgen, Depressionen, was auch immer. Jetzt will er nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich glaube, ganz, ganz viel davon entsteht, weil diese tiefe, tiefe Sehnsucht nach einer spirituellen Verbindung da ist. Und dass es, ich glaube, dass es irgendwas in uns gibt, was uns auch ein Stück weit antreibt, diese spirituelle Verbindung zu suchen und zu kultivieren. Dass sich aber eben sehr, sehr viele Menschen, und ich habe lange auch dazu gehört, davor verschlossen haben, weil sie Spiritualität mit Religion und mit Kirche gleichsetzen. Und dass da einfach viele, viele Wunden und Missverständnisse da sind, die leider die Menschen dann davon abhalten, eine spirituelle Lebensweise für sich zu finden. Eben eine ganz individuelle, je nachdem, wie sie eben zum eigenen Sein passt. Aber ich glaube eben, dass es ein ganz, ganz großer Bestandteil dessen ist, sich selbst besser kennenzulernen, und es eben auch diese spirituelle Verbindung zu finden. Und damit dann eben auch ein Stück weit das, wofür ich gerade schon gesprochen habe, die eigene Bestimmung, den eigenen Sinn im Leben zu finden und das eigene Geschenk, was man der Welt zurückgeben kann. Und das sind so für mich die größten Themengebiete, wo du in deiner inneren Landschaft auf Forschungsreise gehen kannst. Und vielleicht habe ich auch irgendwas Wichtiges vergessen, ich weiß es nicht. Falls ja, dann kommentiere gerne unter dem Instagram-Post zu dieser Episode oder melde mir das auf andere Art und Weise zurück. Und ich möchte jetzt aber noch ein paar Ansätze, Tools, Ideen mit dir teilen, wie das funktionieren kann, dich selbst besser kennenzulernen. Und viele davon hast du hier, wenn du den Podcast schon länger hörst, auf jeden Fall schon mal gehört. Zu vielen gibt es auch Episoden. Wie gesagt, die packe ich alle in die Shownotes rein. Es werden diesmal auf jeden Fall sehr umfangreiche Shownotes. Und ich möchte sie aber trotzdem hier für dich noch mal zusammenfassen. An oberster Stelle steht für mich, Zeit mit dir alleine zu verbringen. Davon habe ich auf jeden Fall hier schon sehr häufig gesprochen. Denn das Ding ist immer, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, meistens jedenfalls, es gibt da gleich eine kleine Einschränkung, aber es ist häufig schwer, das eigene Denken und Fühlen wirklich wahrnehmen zu können, wenn wir mit anderen zusammen sind. Sondern dafür brauchen wir Zeit mit uns. Und eben auch in meiner Überzeugung Zeit mit Stille. Zeit, in denen wir unseren Gedanken zuhören, unseren Gefühlen zuhören, wo wir uns eben nicht mit irgendwas aus dem Außen zuballern. Dann ist, das wird jetzt keine Überraschung sein, das Journaling für mich eine der wirkungsvollsten Methoden, dich selbst besser kennenzulernen. Indem du dir Fragen stellst und sie schriftlich im Journal beantwortest, indem du einfach freischreibst. Auch dazu gibt es eine Podcast-Episode. Und weil ich aber das Journaling für so kraftvoll halte, bin ich tatsächlich auch gerade in der Konzeptionsphase für ein neues Angebot beziehungsweise eine Produktreihe. So ganz hundertprozentig weiß ich noch nicht, wie es aussehen wird. Aber zum Thema Journaling wird es auf jeden Fall demnächst was geben, was dich eben in diesem Prozess, auf diesem Weg unterstützen kann. Dann Meditation und Kontemplation. Kontemplation ist vielleicht nicht ganz so als Begriff verbreitet wie die Meditation. Und deshalb werde ich auch, glaube ich, da demnächst mal eine Podcast-Episode drüber machen, was es überhaupt heißt, wie das funktioniert, wie ich das nutze. Und dass ich es ganz lange genutzt habe, ohne zu wissen, dass man es Kontemplation nennen kann. Und Meditation als Akt der eigenen Gedankenbeobachtung, der Achtsamkeit mit dir zu sein, wieder auch Zeit in Stille zu haben. Man kann sich mit Sicherheit auch durch die eine oder andere geführte Meditation besser kennenlernen. Für mich persönlich ist aber vor allen Dingen eben die Achtsamkeitsmeditation, in der ich gelernt habe und natürlich permanent weiterlerne, weil ich bin da auch noch ganz am Anfang meines Weges, den Abstand zu meinen eigenen Gedanken herzustellen zu können und dadurch mich selbst besser kennenzulernen. Und auch die Verbindung zu etwas Höherem zu kultivieren innerhalb der Meditation. Auch das ist für mich ein Prozess, mich selbst immer tiefer kennenzulernen. Dann, auch dazu gibt es schon Podcast-Episoden, deine Gefühle zulassen. Unsere Gefühle sind so, so, so wertvolle Botschafter aus unserem Inneren, die uns eben darauf aufmerksam machen, was stimmt, dann haben wir angenehme Gefühle, stimmt im Sinne von, was mit uns im Einklang ist, mit unserer Seele im Einklang ist. Oder was eben nicht stimmt, nicht mit uns im Einklang ist, sondern kommen unangenehme Gefühle. Und es ist so schade und ich habe selber jahrelang viele meiner Gefühle unterdrückt oder Gefühle nur in einer gewissen Tiefe zugelassen und bin da mit Sicherheit auch noch nicht am Ende meiner Entwicklung angelangt. Aber es ist so, so wertvoll für mich geworden, meine eigenen Gefühle zuzulassen und ihnen den Raum zu geben, damit sie ihre Botschaft bei mir loswerden können. Weil die haben immer eine Botschaft für uns. Und das ist so ein großes Entwicklungspotenzial, wenn du in Kontakt mit deinen eigenen Gefühlen bist und damit eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Weges, dich selbst besser kennenzulernen. Dann, ich habe es gerade schon im Punkt Meditation und Journaling gesagt, deine eigenen Gedanken, dein Verhalten, deine Gewohnheiten zu beobachten und zu hinterfragen. Nicht immer davon ausgehen, habe ich immer schon gemacht, also werde ich es auch immer so machen. Oder habe ich immer schon so gedacht, also werde ich es immer so denken und deshalb ist es auch die Wahrheit. Oder ich mache das und das immer wieder in den und den Beziehungen und so weiter. Deine eigenen Muster, all das mal zu beobachten und eben zu hinterfragen. Weil ich bin überzeugt, und das sagt auch die Wissenschaft inzwischen, wir Menschen können uns immer weiterentwickeln. Es geht nie darum, dass wir irgendwann fertig sind und dann unveränderbar sind. Sondern die Neuroplastizität, das ist eben sozusagen die Flexibilität, Entwicklungsflexibilität des Gehirns, würde ich es jetzt mal nennen. Also das Potenzial, die Kapazität des Gedächtnisses des Gehirns, der Verbindungen im Gehirn, sich immer weiter zu entwickeln, sich auch noch in hohem Alter verändern zu können. Und dementsprechend nie davon auszugehen, dass das, was du denkst, die absolute Wahrheit ist, dass das, wie du dich verhältst, das, was deine Gewohnheiten sind, so sind und niemals anders sein können. Sondern dich immer wieder zu beobachten und zu hinterfragen. Und das mag vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen counterintuitive sein, also sich so ein bisschen widersprüchlich anhören. Dann fällt mir schon wieder nur das englische Wort ein. Dass ich sage, hinterfrage dich selbst immer wieder und lern dich dadurch selbst besser kennen. Wenn du immer wieder das, was du schon dachtest, du würdest es über dich wissen, wenn du das in Frage stellst, dann kommst du ja sozusagen wieder ein Stückchen davon weg, dich selbst besser zu kennen. Aber ich glaube eben, dass es immer neue Tiefen sind, in denen wir uns kennenlernen, wenn wir uns eben immer wieder hinterfragen, wenn wir den Ist-Zustand, unsere eigenen Gedanken, unsere Verhalten, unsere Gewohnheiten, die heute Status Quo sind, immer wieder hinterfragen. Dass wir dann auch immer wieder mehr und uns eben, wie gesagt, tiefer kennenlernen. Dann eine Sache, die vielen Menschen Angst macht, die vielen Menschen aber auch lieben. Die sind eher so die vielleicht Adrenalin-Junkies oder die Transformations-Junkies, so wie ich. Probier neue Dinge aus. Ob es jetzt Dinge im Außen sind, ob es Dinge sind, die du mit dir alleine machst, traue dich, neue Sachen auszuprobieren. Erweitere deine Komfortzone. Und die Gedanken, die dann auftauchen, die Überzeugungen, die dann hochkommen, die dich vielleicht von irgendwas abhalten, deine Reaktionen, die Gefühle, die hochkommen, die sind dann wiederum alle Hinweise dafür, wo es noch Gebiete auf deiner inneren Landkarte gibt, die für dich noch Neuland sind und wo du noch ganz viel über dich lernen kannst und erfahren kannst. Oder wo du dich dann eben auch hinterfragen kannst. Dann, auch wenn das etwas im Außen ist, und ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, es geht nicht darum, Dinge im Außen zu suchen, nicht irgendwo anders Gurus zu suchen, sondern ein eigener Guru zu sein. Aber trotzdem sind so Dinge wie Bücher, Workshops, Podcasts, was auch immer du an wertvollen Inhalten konsumierst, natürlich können dich auch diese Dinge dazu inspirieren, dich selbst besser kennenzulernen. Weil sie dich zum Nachdenken anregen, weil sie dir vielleicht Wahrheiten, Überzeugungen präsentieren, wo es eine ganz, ganz tiefe Resonanz in deinem Inneren gibt. Und für mich war zum Beispiel ein so ein Buch, was ganz, ganz wichtig war, was natürlich ein Einfluss von außen war, was aber im Endeffekt etwas war, was in mir tief, in meinem eigenen Inneren etwas geweckt hat, was immer da gewesen ist, wo mir häufig aber die Worte gefehlt haben, das auszudrücken. Das war Gespräche mit Gott. Ich habe an so vielen Stellen in diesem Buch das Gefühl gehabt, Wow, endlich hat jemand die Worte dafür gefunden, was ich schon immer empfinde, was ich aber nie artikulieren konnte. Das heißt, nicht alles im Außen ist immer eine Ablenkung von dir selbst, sondern manche Dinge können dir sozusagen auch Hinweise geben, die dich dann wieder in dein eigenes Inneres zurückführen und das, was es dort zu entdecken gibt. Ein anderer Weg, der noch im Außen liegt, der dich aber trotzdem daran unterstützt, dich selbst besser kennenzulernen, sind all deine Beziehungen, sind die Menschen, mit denen du in Kommunikation gehst. Wenn wir uns in Beziehung setzen, heißt das eben auch, dass wir in einer Beziehung ganz, ganz viel über uns lernen können. Wenn wir, und das ist dann die Voraussetzung, bewusst an die ganze Geschichte rangehen und dann schließt sich der Kreis wieder hin zu deinen eigenen Gedanken, dein Verhalten und deine Gewohnheiten zu beobachten. Wenn du aber in einer bewussten Kommunikation mit anderen Menschen bist und in der Kommunikation vielleicht auch über dich selber sprichst, dann kannst du Erkenntnisse über dich selber gewinnen. Wenn du deine eigene Reaktion auf das Verhalten anderer Menschen beobachtest, dann kannst du darüber wieder ganz viele Rückschlüsse auf dich ziehen. Dazu werde ich dir mal die Episode zum Thema Projektion auch in den Shownotes verlinken. Das heißt, deine sämtlichen Beziehungen, ganz egal, ob es eine Partnerschaft ist, ob es die Beziehung zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Arbeitskollegen ist, all das kann ein riesiges Lernfeld für dich sein, eben auch über dich selbst, wenn du bewusst daran gehst. Und zum Schluss habe ich noch zwei Möglichkeiten, die dich dabei unterstützen können, auch im Außen, dich selbst besser kennenzulernen. Das eine sind diverse Tools, die ich hier auch immer wieder im Podcast erwähne. Das ist einmal das Human Design, das ist die Astrologie, das sind Persönlichkeitstests, wie zum Beispiel der Sixteen Personality, der Maya Briggs Test. Da gibt es ganz, ganz viele Tools und es gibt auf jeden Fall noch mehr, aber das sind jetzt die, mit denen ich persönliche Erfahrungen gemacht habe. Das sind alles Tools, die ein Stück weit deine Persönlichkeit aufgrund verschiedener Daten analysieren und dir damit eben wieder auch Hinweise geben können. Das ersetzt für mich niemals, wirklich Zeit mit mir selbst zu verbringen, in mich selbst zu schauen, in Form von Meditation oder Journaling oder dem Zulassen meiner Gefühle. Aber sie können eben eine Unterstützung sein, diese Tools. Und zum Schluss auch noch das Coaching, das muss ich an dieser Stelle noch mit erwähnen. Denn ja, durch die Beziehung zu anderen Menschen können wir uns selbst erfahren. Und wenn du aber Menschen in deinem Umfeld hast, die da nicht besonders bewusst rangehen oder aber es fällt dir selbst noch schwer, diesen Schritt zurückzumachen und auf deine eigenen Beziehungen, auf dein eigenes Verhalten, deine eigenen Gewohnheiten und Muster aus einer Vogelperspektive draufzuschauen, dann kann Coaching eben eine mega gute Unterstützung sein. Ja, ein Mensch, der dir gegenüber sitzt, der dir zurückspiegelt, was bei dir gerade abgehen könnte. Und somit ist Coaching eine, ich sag mal, eine professionelle Form der Beziehung zwischen dir, vielleicht als Kunde, Kundin oder mir als Coach oder auch einem anderen Coach natürlich, die dich daran unterstützen kann, dich selbst besser kennenzulernen, weil du eben eine Spiegelfläche hast. Ja, im Idealfall jemanden hast, der dir zurückspielt, was bei dir passiert, der dich darauf aufmerksam macht, die Dinge, die du sagst, die Dinge, die du erlebst, aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Ja, und das ist so mein Sammelsurium an Tools, an Methoden, an Voraussetzungen, die es braucht, um dich selbst besser kennenzulernen oder sagen wir mal so, nicht die es unbedingt braucht, aber die Dinge, die mich auf meinem Weg bis heute unterstützt haben. Und ich bin total gespannt, was da noch alles kommen wird. Da gibt es mit Sicherheit noch neue Dinge auch zu entdecken, nicht nur in mir selber, sondern auch, was die Tools angeht, um mich selbst besser kennenzulernen, weil ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass ich zwar meinem wahren Selbst gefühlt schon sehr, 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 sehr viel näher gekommen bin, als ich dem noch vor fünf oder zehn Jahren war, aber ich freue mich drauf, dass da immer noch neue Überraschungen auf mich warten. Und der Tag, wo es da nichts Neues mehr über mich zu lernen gibt, der ist dann hoffentlich auch so eher der letzte Tag meines Lebens. Und selbst dann, wer weiß, in einer anderen Dimension, in einem neuen Leben, gibt es mit Sicherheit noch mal wieder mehr über mich zu lernen. Aber jedenfalls für die Zeit auf diesem Planeten freue ich mich drauf, immer noch neue Dinge über mich zu erfahren und neue Tiefen zu erobern und dadurch immer mehr nicht nur das Gefühl zu bekommen, diesem wahren Kern näher zu kommen, sondern eben auch dementsprechend mein Leben gestalten zu können. Und ja, da bin ich unglaublich dankbar für, dass ich mich auf diesen Weg gemacht habe und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Episode Geschmack darauf gemacht habe, dich selbst besser kennenzulernen. Ganz egal, wo du da stehst, ob du damit noch gar nicht richtig angefangen hast, schon eine Weile dabei bist oder schon gefühlt dein halbes oder dreiviertel Leben lang dabei bist. Ich kann dir nur sagen, die Reise ist unglaublich spannend, die ist unglaublich lohnenswert und es gibt nicht nur hier im Podcast viele, viele Anregungen dazu, wie du da tiefer einsteigen kannst, sondern wie gesagt, von Herzen gerne auch im Coaching. Komm auf mich zu, falls dich das interessiert. Und lass mich, wie anfangs gesagt, gerne wissen, wenn es irgendwas gibt, was ich hier in der Episode bisher nur oberflächlich erwähnt habe, wozu es auch noch keine anderen Episoden gibt, was dich interessiert, dann ja, sag mir Bescheid. Dann schaue ich, ob ich dazu noch mal eine einzelne Episode machen kann. Heute war es ja mehr so noch mal ein Überblick zu diesem Thema, dich selbst besser kennenlernen. Und ich werde dir ja all die anderen Episoden, wie gesagt, in den Shownotes verlinken, dort, wo es schon Material gibt. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 206. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das Einmaleins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.